Du hast auch Probleme mit Lebensmittel-Motten? Dann habe ich die Lösung für dich. Ich bin auf die Schlupfwespen von Panthea gestoßen. Doch wie funktioniert das Ganze überhaupt? Die Schlupfwespen greifen gezielt die Motteneier an und verhindern so den Nachwuchs. Die mitgelieferte Mottenfalle lockt und fängt männliche Motten ein und macht so die Fortpflanzung unmöglich. Jede Karte enthält 3000 Schlupfwespen. Genug, um das Nest der Motten zu bekämpfen. Sowohl die Schlupfwespen als auch die Mottenfalle sind rein biologisch und 100% natürlich, sodass sie für Mensch und Hund völlig unbedenklich sind. Probieren Sie also unbedingt aus, wenn du Motten endlich loswerden willst.